Hallöchen, hier ist Miri vom Fettspielen-Team und es gibt wieder eine neue Folge von Movistar Planet. Ja, ich starte mal mit einer Runde Geschenke und guck mal, was ich da so alles bekommen habe. Eine schöne Fahne von Kia 03 und Zombie Cutie hat mir, was ist das? So eine Maske geschenkt, Tribut 33, hab ich auch was bekommen. Dankeschön, Stefanie, Yolo, lol, lol. Ein Happy New Year-Oberteil, Dankeschön, Queepin, lol, 4, 4, 4. Die hat mir ein Love Me Glitter-Oberteil geschenkt und von Brenner Pferd, okay, sie ist wohl ein Pferd, hat mir eine Candidream, also eine Kerzentraum geschenkt. Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass alle mitgemacht haben und meine letzte Dschungelprüfung erfolgreich bestanden haben. Da habe ich mir jetzt ein paar rausgesucht und zwar fangen wir an mit Fina, äh, Fini, Lara, 3. Denn ihr habt ja schon bemerkt, es gibt immer so neue Bedingungen, um dran zu kommen, damit das Ganze mir so ein bisschen erleichtert wird und ich so ein bisschen besser rausfiltern kann, wer denn aktiv ist und wer nicht so. Ja, dann gucken wir doch mal, die wollte gerne ein Wunschlistengeschenk von mir haben, das wird sie jetzt auch bekommen. Und dann gucken wir, was sie hier so hat. Oh, alles in rosa, okay. Die haben wir auf Seite 2. Ja gut, dann können wir hier mal die blonden Haare, die finde ich ganz schön mit den zwei Zöpfchen, die sind doch ganz süß, oder? Und noch vielleicht hier dieses rosa Kleidchen mit Tüll. Gut, viel Spaß damit und weiter geht's. Ja, wer hat sich als nächstes bei Tropical Jungle Rumble qualifiziert für dieses Let's Play? Das war Chrissy, oder das ist Chrissy12302. So, sie wollte einen Look haben, sie ist erst Level 2, aber das bekommen wir trotzdem hin. Wahrscheinlich wird sie nicht so viel Kleidung haben, aber umso schneller geht das Ganze. Okay, dann ziehen wir sie mal aus. Ja, so genau, sie wollte einen Prinzessinnenlook von mir. Die eine hat eben diese Prinzessensachen auf ihrer Wunschliste und ich werde jetzt einen Prinzessinnenlook machen. Ja, die gleiche Frisur nehme ich, die gefällt mir nämlich auch. Mit dem rosa ist halt ein bisschen schwierig jetzt dazu, ne? Weil, ja, farblich, oder hier, wir könnten das hier vielleicht mal nehmen mit diesem Türkis, das finde ich ganz schön. Ja, so ein Kleid ist doch auch ganz Prinzessinnenlike. Ja, du hast halt leider nicht so viel Auswahl, deswegen kann ich jetzt auch nicht so einen wirklichen Prinzessinnenlook machen. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal trotzdem Prinzessin. Ups. Look. Aber nicht wirklich, ja gut. Trotzdem wünsche ich dir viel Spaß damit. Du hast leider nicht so viel Klamotten, deswegen kann ich natürlich auch nicht so viel daraus machen. Aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Ich war auf jeden Fall mal auf deinem Profil. Und ja, gib mir nochmal Feedback, ob er dir gefällt. Chrissy12302. Und ja, weiter geht's. Wen haben wir da als nächstes? Ja, jetzt wird's tierisch und zwar, nach meiner letzten Dimmelprüfung, dachte ich mir, nehme ich mal Karnickel15. Das ist ein witziger Name, oder? Was meint ihr? Und sie hat sich gewünscht, dass ich mir mal ihre Bio anschaue. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Da werde ich jetzt mal reingucken und mal gucken, was sie sagt. Ich bin Karnickel15. Ja, Alter 13, Sternzeichen Löwe. Oh, also sie ist ein Hase als Name und ist aber eigentlich ein Sternzeichen Löwe, okay? Okay, Geburtstag, 3. August, Lieblings-App YouTube. Oh ja, das Lieblings-App, das habe ich auch noch nicht gelesen. Interessant. Lieblingsspiele, natürlich, Movistar, Planet, wie sollte es auch anders sein? Clash of Clans auch. Ja, da haben wir auch Let's Plays bei uns auf dem Kanal. Lieblingsessen ist Pizza. Oh, Pizza. Und Lieblingspizza-Sotte ist Mozzarella. Da fällt mir was ein. Thema Pizza. Und zwar, da können wir gleich mal zu neuen Bedingungen kommen. Genau, Papas Pizzeria auf Fettspielen.de. Bedingungen für das nächste Let's Play, um dran zu kommen. Da sehe ich jetzt natürlich Fettmieri ein. Papas Pizzeria auf Fettspielen zu spielen. Und darunter zu schreiben, was eure Lieblingspizza ist. Ob ihr jetzt gerne Margarete esst, ob ihr Fungi esst, ob ihr Salami esst, ob ihr Peperoni-Salami esst. Ja, was ihr gerne immer drauf esst, das schreibt mir mal unter das Video und natürlich euren MSP-Namen und euren Wunsch. Nicht unter das Video, tut mir leid, unter das Spiel natürlich, auf Fettspielen.de. Und ja, das ist ein ganz witziges Spiel, Papas Pizzeria. Hier hat man nämlich so eine Pizzeria gehabt und diese ganzen Papas-Spiele sind sowieso immer sehr cool, finde ich. Also gibt es auch Papas Hot-Dong-Ria, Papas Burger-Ria, Papas Winger-Ria, Papas Cupcake-Ria. Alles mit Papas. Die sind wirklich sehr cool, sind wie so, ja genau, Order-Spiele, also wo man halt Bestellungen aufnimmt und diese dann zubereitet. Das ist ganz geil gemacht, finde ich. Man ist jetzt hier, genau da kommt der erste Kunde, das ist, wie heißt er? Roy. Da werde ich mir die erste Bestellung hier annehmen. Ihr seht, das ist auch nicht sehr schwer, es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Also ich bin ein großer Fan von den Spielen. Ja, wenn ihr das spielen möchtet, müsst ihr hier unten, da, wo ich jetzt gerade mit der Maus drüber fahre, ich verlinke das im Video als Anmerkung. Und dann müsst ihr einfach hier unten draufklicken und dann könnt ihr das direkt spielen. Euren Kommentar drunter schreiben, was ihr gerne für eine Pizza esst. Und ja, legen jetzt mal hier die Salami drauf. Und natürlich noch, was euer Wunsch ist bei MSP und euren MSP-Namen nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. So, ich habe jetzt mal eine Salami gemacht mit vier Scheiben Salami drauf. Die mache ich jetzt mal in den Ofen. Ist zwar leider kein Holzofen, aber ich muss ja sagen, ich war gestern gerade Pizza essen und ich habe da eine sehr leckere Pizza gegessen. Also ich habe mir wirklich eine Pizza bestellt mit frischen Tomaten, mit Rucola drauf, mit Käse natürlich und diese Tomatensauce ist ja immer drauf. Also frischen Tomaten, Rucola, Parmesansplittern und ein Ei. Das mag ich auch sehr gerne auf der Pizza und die war richtig geil, muss ich sagen. Also die war echt super lecker. Ich danach total voll gefressen. Ja, aber die war, boah, geil. Und danach gab es noch Kaffee und Kuchen und so, ganz verrückt. Was ich, ich habe so viel am Wochenende gegessen. Ja, also sagt mir eure Lieblingspizza, Lieblingspizzasorte, beziehungsweise, ach ja, ich habe jetzt die Pizza hier übrigens, habt ihr das gesehen? Serviert und dafür habe ich ein bestimmtes Geld bekommen. Und also der Kunde hat sozusagen mein Essen oder meine Pizza bewertet und so viel Geld gibt er mir dann. Also umso besser meine Pizza ist, umso mehr Geld bekomme ich natürlich, ja. Und ja, jetzt würde ich schon hier theoretisch in die zweite Bestellung gehen. Genau hier oben kann man es aufhängen. Wenn man mehrere Bestellungen hat, hier oben kann man immer switchen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel gemacht. Also spielt das mal. Nächste Bedingung für das nächste Let's Play. Papas Pizzeria, Auffert spielen, spielen, Lieblingspizza drunter schreiben und MSP-Namen und natürlich euren Wunsch. So, jetzt habe ich hier spezielle Grüße von Mausi 3 bekommen. Ja, dankeschön. Also ich habe noch vergessen zu sagen, also diese Aktion sozusagen oder die Bedingung. Ihr kommt dann in einer Woche, also genau heute in einer Woche, das ist der 2.2., also 2. Februar 2015, kommt ihr dann dran oder eventuell oder wenn ihr dran kommen solltet, ja. Also es ist sozusagen der einstellende Schluss. Und wenn ihr das Spiel möchtet, denkt dran, einfach hier unten, wo ich mit der Maus drüber fahre, auf die Anmerkung drücken und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Ja, und könnt das direkt spielen. Auch kostenlos und ja, ohne Registrierung, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr es kostenlos spielen. So, macht das mal und gebt mir mal Feedback, wie euch das Spiel gefallen hat und so weiter, ne. Ja, dann, genau, nächsten Montag kommt ihr dann dran. Am 2.2., 2. Februar ist dann sozusagen der Einsende, Schluss in Anführungszeichen, wo ihr das dann unter das Spiel kommentiert haben solltet, um dran zu kommen. Ja, Lieblingsfilm ist Krieg der Welten, den habe ich auch gesehen, finde ich auch sehr cool. Ich stimme da ganz zu, Lieblingspizzasorte, Mozzarella, ja klar, kann man essen, ist natürlich die Standardsorte, aber schmeckt jedem eigentlich, ne. Sowohl Vegetarier als auch anderen Leuten, die Fleisch essen. Äh, meine Wünsche für die Zukunft, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein, meine Freunde, meine Familie nicht zu verlieren, das ist auch wirklich sehr wichtig. Das bin ich auch hier süß mit so einem Kuscheltier und herzlichen Moviestars, die ich sehr mag. Fettmiri als Erste, wuuu, he he, cool. Ich bin mal als Erste, Dankeschön, freut mich. Kannnickel 15, Fettred als zweites, yeah, Fettspielen, Knospe und Wellensittig-Kathrin. Okay, die kenne ich jetzt nicht, aber, coole Sache. Ja, mit Fettmiri bin ich leider nicht befreundet. Oh, das werde ich natürlich ändern, Kannnickel 15, tut mir leid, dann kannst du mich ja auch noch in deine Bio reinmachen, das muss natürlich dazu. So, gut, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt hier, ich nehme mal an, diese Person mag Muffins. Heißt nämlich Muffin-Lover, zwar mit Uhr geschrieben, aber sie hat sich, oh, sie hat gerade gepupst, habt ihr das gesehen? Geil, was ist das für eine Anima-Zirk, kann man dir jetzt neue kaufen, muss ich mal gleich gucken. Sie hat sich ein Gästebuch-Eintrag gewünscht, uns vielleicht jetzt auch mal machen und werde ihr schreiben, ich liebe Muffins, du auch, wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ja, liebe Grüße, Fettmiri. So, und jetzt noch ein Smiley dahinter. Da nehmen wir das hier vielleicht, ja, das ist doch gut, fertig. Und jetzt habe ich gelernt, man soll hier dahin klicken und dann dahin. Ja, da ist mein Beitrag, sehr gut, das habe ich auch gelernt, vielen Dank dafür. Jetzt muss ich hier mal kurz meinen Status ändern, weil das ist ja noch von der alten, ähm, von meinem alten Let's Play, MSP Dschungelcamp. Ja, nehmen wir es halt einfach so, oder? Was mein, ihr? Ja, passt. Gespeichert. Alles Klärchen, da komme ich hier aus dem Auto heraus, ja. Gut. Poppers Pizzeria, denkt dran, bis zum nächsten Montag spielen, hier unten draufklicken, auf die Anmerkungen und ein Kommentar unterspielen mit eurer Lieblingspizzasorte, beziehungsweise meiner, ne, eurer Lieblingspizzasorte, MSP-Name und Wunsch, ja. Gut, weiter geht's, viel Spaß mit deinem Gästebruch-Eintag und jetzt haben wir hier Black Butty oder Bertie, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Level 18, ist VIP und wünscht sich, dreimal dürft ihr raten, einen Look, ja. Ganz genau. So, dann schaue ich doch mal, ja, apropos, wo ich jetzt hier diese zerrissene Hose gerade sehe, wisst ihr, was mir heute Morgen passiert? Also ich habe mich so tot geärgert, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, ne, und dann, ich weiß nicht, ob ich über das Wochenende so zugenommen habe, aber dann ist mir auf einmal meine Hose gerissen, ne, also mein, ja, also nicht jetzt irgendwie an so einer bescheidenen Stelle, irgendwie am Po oder so, sondern wirklich am Knie und ich weiß nicht, wie das passiert, also ich bin wirklich ausgestiegen einfach und auf einmal zack, bumm, gerissen. Jetzt habe ich so ein riesen Loch am Knie, ja, haben sie schon alle wieder über mich lustig gemacht, wie das passieren konnte, aber naja, gut. Also die war davor schon eingerissen, aber ich habe die so gekauft, also, ihr wisst ja, man kann die ja in so einem Just-Lock kaufen, das werdet ihr ja wohl wissen, ne. Und die Haare finde ich ganz geil, die gefallen mir, die nehme ich auch gleich. Ja, und irgendwie ist das dann scheinbar heute Morgen noch weiter ausgerissen und ich konnte irgendwie gar nichts dafür. Naja, gut, ist halt passiert, jetzt werde ich mir wahrscheinlich eine neue Hose kaufen. Jetzt habe ich wenigstens Grund, mir eine neue Hose zu kaufen und shoppen zu gehen, ne. Naja. Ich finde diesen Pulli hier ganz geil, aber da passen die Haare nicht dazu. Weil den Pulli, den habe ich mir nämlich auch gewünscht, der war auf meiner Wunschliste. Ich weiß gar nicht, ob ich den inzwischen geschenkt bekomme. Ja, aber es passt nicht, weil die Haare da irgendwie so drüber hängen. Aber ich finde die Haare geil, die müssen jetzt auch sein. Dann könnten wir ja mal wieder eine College-Jacke nehmen oder ein Pullover. Joa. Oder das hier? Was ist das denn? Was ist das denn, das Blaue da? Hm, verrückt. Okay, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Hero. Und was ist das denn? Ha! Okay, also die Farb kommt mir dazu, finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Gefällt mir irgendwie nicht. Also, ja, gefällt mir nicht. Das hier wäre doch mal ganz süß. Ja, aber ein bisschen freizügig. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Du musst ja auch selber einen Kleiderschrank haben. Was Schönes. Was ist denn das hier mit der Schleife? Das ist doch witzig. Ne, aber die Schleife gefällt mir nicht. Oder das hier? Grün! Ja, das hier nehmen wir, oder? Ja, das ist doch mal... Das finde ich gut. Und jetzt sollten wir eigentlich eine zerrissene Hose nehmen, passend zu meiner zerrissenen Hose. Oder ein Röckchen. Können wir so einen Federrock nehmen. Da seid ihr auch alle ganz scharf drauf. Stimmt's, oder hab ich recht? Wir können auch eine schwarze Leggings. Ja, hier, sowas mit so einem weißen Abschluss. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus, finde ich. Oder halt die kaputte... Na, komm, hier. Die kaputte Hose, die muss es sein. Ich hab mich geärgert heute morgens. Ich glaub nicht. Ich bin am liebsten in den Po gebissen. So, ja, Schuhe gibt's da leider nicht so viel aus. Ich glaub, wir nehmen einfach hier die weißen Sneaker. Die sind ganz cool, finde ich. Und natürlich passen die auch zu allem. Jetzt können wir hier auch so ein bisschen... Nee, die Tattoos passen natürlich nicht. Die weißen Ohrringe können wir nehmen. Die hatte sie davor, glaub ich, auch an, wenn ich mich recht erinnere. Ein Bart brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oder die hier. Ah, nee, 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 nee. Nee, das ist nix. Mütze ist jetzt auch nicht so angebracht, wenn sie obenrum so ein Spaghetti-Top anhat, ja. Jetzt noch mal eine... Oder so eine Mütze. Ja, wohl eine Mütze. Aber eigentlich... Eben hab ich noch gesagt, das wär blöd, aber... Das ist ja ein... Nasenpiercing. Nee, weg damit. Sieht mal aus, als ob man so einen Popel hätte manchmal. Keine Ahnung. Ah, hier, die Kopfhörer. Die nehmen wir jetzt so. Zack, bumm, bang, fertig. Und die nehmen wir jetzt Miss Green. So, viel Spaß damit. Wen hab ich jetzt? Black Bertie, genau. Oder Black Bertie. Black Bertie. Black Bertie. Auf jeden Fall, das ist ihr Name. Ich bässe dich XL. Okay, siehst du mit Ich bässe dich XL zusammen. Ja, dann geht's weiter. Eine haben wir noch im Angebot. Und das ist... Hello Kitty Girl 430. Ich muss ja sagen, Hello Kitty mag ich gar nicht. Ihr mögt der Hello Kitty? Also, das Kätzchen, das war immer so... Also, ich weiß nicht. Ich war zumindest früher nie so wirklich... In Hello Kitty-Fan sagen wir es so. Ja, sie hat sich auf jeden Fall ein Wunschlösten geschenkt bekommen. Gucken wir doch mal. Gewünscht können wir hier die Uhr. Die Uhr finde ich cool. Die schenke ich ihr mal. Mal gucken, ob wir noch was Cooles finden. Auf der Seite 2. Ach, nee. Überzeugt mich jetzt nicht so. Ich mache jetzt noch eine Runde Geschenke auf. So, und denkt dran. Wenn ihr nächstes Mal drankommen möchtet, geht auf Fettspielen. Da drückt ihr unten, wo ich mit der Maus gerade drüber fahre, auf die Anmerkung im Video. Ja, spielt Papas Pizzeria auf Fettspielen.de. Setzt einen Kommentar unter das Spiel mit eurer Lieblingspizzasorte. Beziehungsweise mit eurer Lieblingspizza. Schreibt euren MSP-Namen dazu. Und natürlich nicht zu vergessen, euren Wunsch. So, dann gibt es jetzt eine Runde Geschenke. Zack, bumm. Was habe ich da? Pretty Star G3 Q3? Miau? Ah, nee. Dolly Molly 12 hat mir das gehört. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich komme schon ganz durch und ane. Hier so ein Free Rail Tattoo. Okay, danke schön. Helene 3 Forever hat mir eine Oliven-Olivenhose geschenkt. In Olive. Also Farbe Olive. Love VIP Vampire Girl hat mir ein, ja, Geschenke geschenkt. Oh, danke. Kein Mann übergebrauch. Love Liedchen. Hatte mir der Frau Oberst geschenkt. Ich habe es schon wieder vergessen. Tut mir leid. Aber ihr habt es ja gesehen. Und den Breakdance-Banner, den allseits Beliebten. So, jetzt muss ich aber mal in Movie Town gehen. Nee, in Shopping-Tour. Und ich werde jetzt nämlich mal gucken, was so Neues gibt. Es gibt nämlich ein neues Thema. Ja, oh, vielen Dank. Spezielle Grüße von Cupcake249. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Welchen tue ich gleich hier mitnehmen? Ihr seht, ich bin übrigens Level 21 schon inzwischen. Habe 511 offene Freundschaftsanfragen noch. Sind ein paar. Ja, jetzt gucke ich mal. Ich möchte ein paar Sachen haben. So, was gibt es denn hier? Okay, das ist nichts. Oh, jetzt bin ich hier wieder ganz freizügig. Wir können ja hier so ein Zebra. Oh, das Zebra-Kleid. Das nehmen wir mal. Ja, ihr seht, das ist auch so ein bisschen dschungelmäßig sogar. Passend zu meinem Dschungel-Camp-Look. Aber das ist doch cool, oder? Was meint ihr? Das ist doch nicht ganz so kitschig. Ich finde ja immer, diese Tiermotive können wirklich sehr schnell sehr kitschig sein. Und kitsch mag ich überhaupt nicht. Aber das hier finde ich echt ganz cool. Muss ich sagen. Und das werde ich jetzt, glaube ich, auch beides auf meine Wunschliste packen. Und hoffen, dass mir das jemand schenkt. Zack. Das Kleid und die Schuhe. Für das Kleid, glaube ich, muss man VIP sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so. Gut. Dann gibt es noch eine Runde Geschenke für euch. Und ja, denkt dran, hier unten auf die Anmerkung drücken, aufwärtsspielen, Papas Pizzeria spielen. Ein Kommentar mit eurer Lieblingspizza unter Spiel. Fire Grown, Dankeschön, an 1000 Traum, 1, 2, 3. Ja, Lieblingspizza, MSP-Name und den Wunsch. So, jetzt habe ich das das letzte Mal gesagt. Und meine Lieblingspizza ist eigentlich Pizza à la Rucola, heißt die meistens immer. Die ich vorhin erwähnt habe. Ein Moped. Oh. Damit kann man sich fortbewegen. Justins01, Dankeschön, MissMovie 2014 hat mir, was ist das denn? Ein Knochen, kann ich auf Knochen lagen? Dankeschön. Ich glaube, das war wie ein Sitzkissen. Und das ist aber auch schick, das Kleid. Jiluma, danke, vielen Dank. Angelina Stone, was hat die mir denn geschenkt? Eine schicke, verrückte Haarfrisur, vielen Dank dafür. Und der Polarwander hat mir noch eine Weihnachtsmütze mit Bart geschenkt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, im nächsten Let's Play werde ich mal, nee, gucken wir mal. Ja, vielleicht mache ich mal eine neue Look, mal schauen. Das werde ich spontan entscheiden. Vielleicht haben wir ja auch einen Überraschungsgast dabei, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schaut einfach am Mittwoch rein und denkt dran, bis nächsten Montag einen Kommentar unter Spiel machen. Papas Pizzeria und hier unten drauf gehen. Und das mal spielen und mir mal eure Feedback geben. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Movistar Planetless Play. Tschüss, eure Miri.